Ja, liebe Unterpläne, was läuft da im Bau raus? Bei Sonnenschein werden da die letzten Kürtel gewaschen. Wirklich, das sind die allerletzten. Nachher ist es fertig. Die Kürtel werden von Hand vorgewaschen und dann noch abgespült. Dann muss ich mich puttern, damit ich das genug wegnehme. Puttern muss und Muskat waschen. Die Kürtel werden von Hand vorgewaschen. 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 Fertig. Stöpsel beim Brunnen ziehen, dreckiges Wasser raus. Die letzten Kürtel werden von Hand vorgewaschen. Die letzten Kürtel werden von Hand vorgewaschen. Die Kürtel werden von Hand vorgewaschen. Die Kürtel werden von Hand vorgewaschen.